Einen wunderschönen guten Tag Leute. Ihr habt euch mal wieder etwas mehr Technik gewünscht. Kennt ihr diesen Radio noch? Den haben wir circa vor zwei Jahren umgebaut auf AUX und die Inspiration hat mich natürlich jetzt dieses Wochenende wieder geweckt. Und ja, ein Business CD, RDS, BMW Radio funktioniert über AUX. Ja, und das Schöne daran noch ist, wir verzichten hier nicht auf die CD. Und das Geile ist noch, man kann jetzt separat eine Endstufe anschließen, aber mehr nach dem Indruck. Wir sind jetzt hier mitten schon im Geschehen. Es ist ein Business CD, RDS. Ich habe schon mal das Kassettendeck raus. Ist nur mit vier Schrauben befestigt, zeige ich euch beim Zusammenbau wieder. Und dieser Stecker muss gelöst werden. Ich möchte jetzt hier AUX reinbauen. Kann man auch wahlweise mit Bluetooth machen. Ich möchte aber jetzt nicht auf das CD-Fach verzichten. Ich möchte das weiterhin nutzen. Und wir haben hier jetzt einen kleinen Mikrochip. Wenn man den vielleicht sieht. Ich habe hier, das sieht man wahrscheinlich nicht, diese Leitung hier schon mal gekappt. Das ist für den AM hier. Für den AM vorne. Weil diese Funktion brauchen wir nicht. Die machen wir jetzt blind. Wie gesagt, dieser Pin muss jetzt weggekratzt werden. Da muss jetzt ein 2,2 UF Kondensator angelötet werden. Genauso wie auf dieser äußeren Seite. Weil AM ist immer Mono. Und wir wollen jetzt Stereo rausholen. Somit müssen wir das halt hier trennen. Und ja, ich zeige euch gleich noch ein paar detailliertere Bilder. Und mit der Kamera ist das jetzt gerade ein bisschen schwer zu finden. Oder ranzuzoom ich für euch. Noch mal kurz für euch. Ich habe mir hier eine Lampe drunter gelegt. Dass ich hier die Verbindung sehe. Wo ich trenne. Ich mache euch gleich noch ein paar Bilder. Und somit habe ich dann wenigstens noch die CD-Funktion. Und das AM braucht keiner. Ja. Ich denke mal, ich lege mal los und mache hier diesen Pin lose. So. Jetzt habe ich ihn angehoben. Jetzt ist der auf jeden Fall nicht mehr an der Platine fest. Wie gesagt, müssen wir aufpassen, dass man die Platine allgemein nicht verkratzen. Und jetzt können wir hier die Kondensatoren anlöten. Ich habe hier ein dreiadriges Kabel. Einmal für die Masse hier. Das ist das blanke. Das rote ist rechts und das weiße ist links. Wir wollen ja Stereo Ton haben. Wir wollen ja nicht nur aus der linken oder aus der rechten Box Ton haben. Also aus beiden Seiten. Deswegen Stereo. Jetzt müssen wir, bevor wir das Kabel jetzt oder die Kabel hier an den Chip löten, müssen wir das vorbereiten mit sogenannten Elkos, also Kondensatoren. Die sind mini klein. Ja, was heißt mini klein? Es gibt noch kleinere. Diese müssen einen Wert von, wo steht es drauf? 2,2 UF haben und 50 Volt. Ich blende euch das auch noch mal ein. Beziehungsweise ich packe euch welche in die Videobeschreibung, wenn ich welche finde. Gibt es aber bei euch im Elektroladen um die Ecke auch. Ich habe sie mir jetzt da besorgt. Kostet das Stück nicht mal 50 Cent. Also sehr, sehr günstig. Dann benötigen wir natürlich noch ein Ginge Kabel, das wir hier haben. Auf der anderen Seite habe ich die Ginge Buchse. Was ich aber machen werde, das sage ich euch jetzt gleich vorab. Ich werde hier hinten ins Gehäuse noch eine Ginge Buchse einbohren, also eine aus Metall, weil wir hier die Masse dann direkt vom Gehäuse abgreifen. Dann brauche ich diese Masse hier nämlich nicht. Ich werde sie jetzt aber nicht abschneiden, weil ich es euch jetzt natürlich erst mal zeigen möchte im Vorfeld, weil die Buchse habe ich jetzt nicht da. Die muss ich erst bestellen. Die kommt erst noch. Auf dem Kondensator ist hier eine gestrichelte Linie und hier eine normale. Diese gestrichelte Linie kommt jetzt an das Kabel und diese Seite kommt an den Chip ran. Wie gehen wir vor? Wir löten jetzt erst mal hier unser Kabel ran. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das alles ein wenig so klein ist. Und meine dritte Hand ist jetzt auch nicht so zur Hand, die ist irgendwie weg. Keine Ahnung, wo ich sie hingestellt habe. Ist auch eine gute Frage. Jetzt werde ich den Radio mal hier weg tun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alles genau seht, wenn ich da jetzt rumhandiere. Auf jeden Fall muss das weiße Kabel, wenn ich jetzt vor dem Radio stehe, nach rechts gucken. Also sozusagen das weiße Kabel rechts angelötet werde. Hier an dem Kontakt und das rote natürlich dann links. Ich versuche das jetzt mal euch zu zeigen und ja sozusagen das ranzulöten. Ich muss jetzt hier an den Pin ohne irgendwo anders da dran zu kommen. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Das hat aber funktioniert. Das ist schon mal dran. Wenn es dann auch später Ton von sich gibt, hat es geklappt. So und jetzt muss diese Seite an den ganz äußersten. So machen wir hier Lützen drauf. So, das ist schon mal dran. So. Jetzt können wir es mal ausprobieren. Die Masse mache ich mir mal separat irgendwo ran. Machen wir mal einen kleinen Funktionstest. Also FM ist natürlich jetzt keine Antenne angeschlossen. AM ist jetzt unser umgebautes AUX. Und natürlich CD. Gut, es liegt jetzt da ein wenig so außen, aber das funktioniert auch noch. So, kann wieder umswitchen. So, FM. Das Problem ist jetzt, wenn ihr das hier runterlötet, ihr müsst sehr sehr sorgfältig aufpassen, dass ihr euch diesen Kontakt hier nicht abbrecht. Also bitte sehr sehr sorgfältig umgehen beim Löten. Wir lassen das jetzt so. Ich werde jetzt noch mit Heißkleber hier um die Kondensatoren noch ein bisschen Heißkleber schmieren, um das auch ein bisschen wieder zu versiegeln. Danach kommt das CD-Laufwerk wieder rein. Wir haben den nächsten Tag. Klinkenbuchse ist am Start. Hat sich gereimt. Wir bohren jetzt hier in das Gehäuse hinten ein Loch für die Klinkenbuchse. Sechs Millimeter. Ich bohre jetzt vor mit einem Dreierbohrer. Ich würde sagen, legen wir mal los. Sechs Millimeter Loch ist drin. Jetzt kommt die Buchse ins Spiel. Jetzt ist das Gute, wir haben jetzt hier am Gehäuse schon Masse anliegen. So brauchen wir hier vorne keine Masse anlöten. Könnte man machen, würde aber jetzt im Endeffekt ja sinnlos sein. Masse holt sich hier vorne über den Kontakt, der jetzt hier vorne ist. Da wir das hier ins Gehäuse schrauben, also hinten in das reingebohrte Loch, bringt hier rein gar nichts die Masse. Jetzt müssen wir natürlich links für rechts anlöten. Da ich in der vorigen Sequenz, also gestern, euch erzählt habe, dass ihr hier auf rechts weiß klemmen müsst. Und auf links rot ist natürlich genau spiegelverkehrt. Eigentlich ist rot rechts und links ist weiß. Also somit müssen wir uns jetzt hier einmal verdreht anlöten. Somit, dass wir wieder die richtige Reihenfolge haben. Und das machen wir jetzt. Ich muss jetzt diese Buchse wieder auslöten. Die passt da hinten ins Eck nicht rein. Ich habe zum Glück noch eine andere. Die passt jetzt da wunderbar hinten rein. Wie gesagt, die Masse brauchen wir nicht mit anschließen. Da sich das Gehäuse an sich Masse holt. Das schließt man hier hinten an. Ich zeige das gleich nochmal. AUX ist jetzt angeschlossen, funktioniert. Jetzt möchte ich natürlich noch Chinchleidungen verlöten, um eine Endstufe anzuschließen. Ich blende euch immer wieder mal Bilder ein und zeige euch natürlich, wie das Ganze jetzt verlötet wird. Ihr seht hier vier Kondensatoren. Da müssen wir jetzt das Ganze anlöten. Das heißt, für vorne sind die beiden zuständig. Für Left und Right, also links und rechts sind die dann. Und das hier ist wie gesagt Front und das ist Rear. Ja, ich löte es mal an. Also die Chinchkabel, was ich jetzt verwende, das Schöne ist, auf denen steht nämlich schon drauf Front und Rear, also für Heck. Und die werde ich natürlich dann so verwenden. Natürlich sollte man links und rechts beachten. Dazu, wie gesagt, rechts ist immer das Rote und links ist entweder Weiß oder Schwarz in dem Fall. Hier ist im Endeffekt genauso links und rechts, bloß hinten und vorne. Das ist das jetzt hier sozusagen links hinten, was ich jetzt anlöte. Also das Gelbe müssen wir halt dann markieren, dass wir das dann später wieder wissen. Die Masse, wie gesagt, die löte ich jetzt hier auf den Kontakt. Dazu verbinde ich die beiden Masse. So, die Masse haben wir uns jetzt hier vom Gehäuse geholt. Weil keine andere Möglichkeit da war, wie gesagt. Aber ich wollte jetzt hier schlecht an der Platine rumlöten. Hier habe ich jetzt noch einen Kabelbinder rum, als Sicherung. Dass, wenn man halt daran zieht, dass das nicht nach außen gezogen wird und dann hier die Kontakte abreißen. Jetzt machen wir das ZD-Laufwerk rein. Wenn ihr jetzt das Laufwerk wieder reinmacht, auf dem Punkt hier unten tut die Schraube schon mal wieder mit rein. Sonst kriegt ihr die später nicht drüber. Und hier müsst ihr jetzt aufpassen, die Kabel sind da jetzt ein bisschen mit im Weg. Da müssen wir jetzt aufpassen, wenn wir das festschrauben, dass wir da Kabel einklucken. So. Und ja. So. Ja. So. 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 Funktioniert alles, ist auch zusammengebaut. War gerade eine kleine Schwierigkeit das wieder ein bisschen da rein zu fummeln, aber es ging. Auf jeden Fall, ich kann euch nochmal die Funktion zeigen, weil jetzt ist es ja zusammengebaut. Hier auf Mode funktioniert die CD. Leider das Ding einen kleinen Pixelfehler. Also man hört, die CD ist richtig eine coole Qualität, hört man richtig kratzen. Ja, wir haben hier FM. Gut, ist jetzt kein Empfang, weil keine Antenne angeschlossen. Wenn ich jetzt hier auf AM gehe, das ist die Kurzwelle. Und ich muss aber ehrlich sagen, die Qualität durch die Elkos und so, durch das Cinch, ich finde die gar nicht so schlecht. Oder was sagst du? Also ich finde es gut, ja. Vor allem hat die originale Optik dabei. Ja, das will ich ja auch damit bezwingen. Also wie gesagt, das kann man eigentlich auf jedes Radio so anwenden. Da werdet ihr wahrscheinlich noch mehr sehen, weil ich bin noch im Tüfteln, ob das mit dem, wie heißt der, Business RDS funktioniert, der Kassette. Der liegt nämlich hier hinten auch noch. Und ja, wenn das funktioniert, dann sind wir glücklich. Aber jetzt habt ihr erstmal die Anleitung gesehen, wie das da funktioniert. Es gibt natürlich eine zweite Version auch noch, wie man hier das AUX sich holt über den Anschluss von dem CD-Deck. Aber dann fällt die CD weg und das wollte ich eben nicht. Ja, ich würde sagen, das war's. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal sowas gemacht habt oder ob ihr das feiert, was ich da gerade fabriziert habe. Ja, also haut rein, lasst ein Like da. Ciao, bis zum nächsten Mal.